Hey Sarah, hi Jasmin. Sag mal, hast du schon für die Mathe KÖ gelernt? Sehe ich so aus? Wir haben heute in Mathe schon wieder etwas Neues gemacht und ich habe absolut keine Ahnung, was die von mir wollen. An was erinnerst du dich denn? Irgendeine Volumenformel von einer Pyramide. Ich erinnere mich nur an ein Drittel, irgendwas mit G und H. Meinst du ein Drittel mal G mal H? Ja, genau. Ich verstehe gar nicht, wie die auf ein Drittel kommen. Das haben wir in der letzten Mathe Stunde gemacht. Es war aber die Volumenformel für den Kegel. Ja, was denn jetzt? Pyramide oder Kegel? Gute Frage. Vor allem weiß ich nicht mal, was die mit G und H meinen. Oder Volumen. Stimmt. Woher weiß ich überhaupt, wann ich ein Volumen brauche? Hm. Toll. Wer kann uns da denn jetzt weiterhelfen? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020